Oh! Mh, nom 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 nom! Tag, der Marco vom Ehrlichen Essen! Ich wurde schon häufig gefragt nach meinen Lieblingssaußen. Meine Lieblingsburger-Soße kennt ihr? Ja? Und eine andere von meinen Lieblingssaußen ist die American Sandwich-Soße. Darf bei mir oft keinem Sandwich fehlen, als Salatdressing auf überbackenen Baguettes. Mega geil! Und vor allen Dingen innerhalb von zwei Minuten zu machen. Und das auch noch ohne irgendwas zu erwärmen. Also ratzifatzi, richtig turbo schnell und wie einfach das geht, das zeige ich euch wie immer da hinten da unten bei mir in der Küche. Für unsere blitzschnelle American Sandwich Soße brauchen wir griechischen Joghurt, saure Sahne, Ketchup, Mayo, ein paar Cornichons. Die habe ich hier schon klein geschnitten, fünf Stück von den kleinen. Wenn es große sind, nimmt eine. Salz, Pfeffer und Zucker. Ja, habe ich Mayo schon erwähnt? Schon lange habe ich keine Mayo mehr gehabt. Mayo gehört auch dazu. Auf geht's! Die leckere Soße, die muss natürlich auch irgendwo drauf. Da habe ich mir so ein Chia Butter Baguette geholt. Einen schönen Schinken, Salat, Gurke, Tomate, Zwiebeln. Ist aber nur ein Beispiel. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Es geht heute um die Soße. Fangen wir an mit unserer American Sandwich Soße. Und jetzt kommt meine fast Wunderwaffe ins Spiel, nämlich griechischer Joghurt. Und dann nehmen wir uns schöne eins, zwei, drei, vier, fünf Esslöffel von. Dicht gefolgt von zwei Esslöffel saure Sahne. Gleich dahinter mit der Startnummer drei. Auch zwei Esslöffel Mayonnaise. Zum Schluss zwei Esslöffel Ketchup. Wunderbar. Und das Ganze jetzt erst mal verrühren. Die Farbe der Soße sollte so leicht ins Rosane gehen. Jetzt salzen. Pfeffern. Einen kleinen Löffel Zucker dazu. Zack. Die geschnittenen Cornichons. Geschnittenes Hackstück, wie auch immer. Und jetzt das Geheimnis. So einen schönen Esslöffel vom Gurkenwasser. So. Ach komm. Zwei. Ohne die Gurke, die ist für mich. Jetzt das Ganze nur noch ordentlich verrühren. Und fertig ist unsere American Sandwich Soße. Ich habe nicht mitgezählt oder mitgestoppt. Aber eigentlich dauert das, wenn man schnell ist, keine zwei Minuten. Na und jetzt ist es ein Kinderspiel. Hier habe ich meine untere Hälfte vom Chia Butter Baguette. Kriegt jetzt einen schönen Klecks von unserer Soße. Ah. Perfekt. Jetzt kommt unser Schinken da drauf. Einmal. Zweimal. Das Ganze kriegt jetzt schön was vom Salat. So. Richtig. Angebersalat. Lollo Bianco. Ein bisschen Gurke dabei. Ach komm. So. Tomate. Und Zwibbeln. Zwiebeln. Ganz locker drauf da. Hin da mit dir. So. Und zu guter Letzt. Natürlich. Was von unserer Soße. So. Klecks. Deckel drauf. Affe tot. Sandwich. Fertig. Gleich nochmal von der seitlichen Perspektive. Da ist es. Mein Sandwich mit American Sandwich Soße. Hier in seiner ganzen Pracht. Guckt euch das an. Eieieieiei. Eieieiei. Wie gesagt. Der Hauptdarsteller heute ist diese mega geile frische Soße. Die kriegt von dem Joghurt und der sauren Sahne so einen richtig geilen, leichten, frisch säuerlichen Geschmack. Der Ketchup und der Zucker holen das wieder zurück. Mega, mega gut. Und was auf dem Sandwich drauf ist, komplett euch überlassen. Bei mir gab es Schinken, Salat, Gurke, Tomate, Zwiebeln und Soße. Das ist die Soße. So sieht sie aus. Ist aber in so einem Pott, in so einer Kumme bloß eine Soße. Viel, viel schöner kommt sie doch, wenn man sie so zeigt. In so einem schönen Sandwich. Richtig, richtig geil. Und das werde ich jetzt mal probieren. Zum Probieren habe ich mir aber mal so ein Stück runtergeschnitten, weil ihr kennt mich ja als den ästhetischen Esser. Also, wie gesagt, glaube ich, es ist aber so schön drin in die Hulebühre. So viel zur Ästhetik. Boah, geil. Die Soße, das Sandwich. Mega, müsst ihr nachmachen. Tschüss, ciao, euer Marco vom ehrlichen Essen. Ich esse das jetzt auf. Fangen wir an mit der Zubereitung unserer American... Ich bin... Manchmal bin ich auch einfach nur zu blöd. Für unsere blitzschnelle American Cocktails. Nein! Tag, der Marco vom ehrlichen Essen. Heute machen wir etwas... Ich wurde schon häufiger mal gefragt. Die Soße muss natürlich irgendwo drauf. Da habe ich mir heute als Beispiel so ein schönes Chiabac... Boah! Chiabac... Salatdressing, perfekt! Ja, und wie schnell und wie einfach das geht, das zeige ich euch. Ganz einfach, ganz schnell. Und heute sogar... Boah, heute sogar... Boah, nochmal, der war so gut, der Take. Tag, der Marco vom... Da habe ich einen Fleck auf der Brille. Den entdecke ich jetzt erst. Immer noch. Wie läuft der Kerl denn rum, Mensch? Besser. Ach, da seid ihr. Die ganze Zubereitung... Zubereitung... Ich höre auf. Das war's. Schluss. Schön, dass du zugeschaut hast. Das freut mich. Und jetzt guck mal. Vielleicht interessiert dich ja noch eins davon. Oder davon. Und ansonsten freue ich mich auch über jedes Abo. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.